hey leute willkommen zurück zu pokémon masters heute zu meinem zweiten opening ja ich kann es warten bis dritten neunten ich will hier noch mal ziehen aus diesem banner sozusagen nicht vergessen dritter neun das seht ihr oben ende dieser banner dann kommt ein neuer spart eure jubel oder so wenn ihr wollt macht das nicht was ich mache also wir ziehen jetzt einmal die 3000 das 10 pokémon trainer ja wir ziehen hier trainer ist noch immer so verrückt wir ziehen keine pokémon sondern die trainer das ist so lustig wirft man eigentlich dem trainer dann ein pokémon den kopf oder wie funktioniert ja wir machen hier ein 10 opening und dann gucken wir uns von meiner freundin black solana das letzte opening auch noch an insgesamt sehen wir heute hier 20 neue trainer also für 6000 juwels sozusagen in diesem video wir beginnen mit meinem live hier ok wir haben jetzt kostenlose juwels und ja kostenlose und gekaufte unterscheiden sich ich weiß das nervt viele von euch aber seid nicht traurig man darf sich echt nicht über sowas aufregen wenn man hat hier genauso die chance auf fünf sterne pokémon wie im anderen banner und so weiter und so weiter viele viele leute von euch haben schon in kommentar geschrieben sie haben hier aus diesen drei hunger der juwelsziehungen fünf sterne helden gezogen ich glaube einer sogar fünf drei mal eine fünf sterne trainer sag mal helden eine fünf sterne trainer gezogen also alles möglich alles glückssache ok so wir machen jetzt hier ein 10er opening drücken die daumen leute wir hatten ja schon mal ein opening das ist das zweite los geht also ich hoffe wir ziehen nicht die gleichen trainer was passiert wenn man die gleichen trainer zieht können wir uns ja ansehen falls ich es schaffe wirklich an den gleichen zu ziehen okay bin gespannt bin echt gespannt das ist mein kostenlose opening by the way das vorige war ja nicht kostenlos habe ich ja gekauft hat benutzt das 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 tor 5 sterne 5 sterne kostenlos gerade live hier im video gezogen mit nicht gekauften juwelen alles easy alles möglich willkommen ein geka bohr in meinem team mega ist nämlich nämlich unser erstes pokémon ein unser erster trainer fünf sterne geil wow und hat mir auch noch nicht kock nur drum grüßt die kocker der könnte mir wahrscheinlich auch noch hilfreich sein denn gesteins pokémon habe ich noch ein bisschen problemchen dann haben wir hier kampf oh ja vier sterne das ist glaube ich ja das wird mein stärkstes kampf pokémon sein wenn es wirklich kampfe ist hoffentlich jedes pokémon hat nur einen typen hier weil mein derzeit bestes ist es lucario was jeder kostenlos bekommt dann gucken nächste ist bojechin habe ich auch noch nicht okay bekommen aber ich habe glaube ich schon ein besseres wasser pokémon ja genau das wasser pokémon dass man in der story bekommt das blind fahr kann man zweimal entwickeln was dann im endeffekt sicher stärker sein wird was bist du rex blizzard haben wir schon mal gezogen und jetzt seht ihr was passiert wenn man einen helden doppelt zieht eure gefährten attacken kennt ihr hoffentlich vom kampf wenn du oft genug im kampf eine fähigkeit eine attacke einsetzt dann geht da so eine so eine zahl nach unten bis auf null und dann kannst du deine gefährten attacken einsetzen und dadurch dass wir jetzt diesen helden diesen trainer doppelt gezogen haben hat sich diese gefährten attacken von level 1 auf level 2 erhöht das heißt wie ihr seht wenn ihr den öfter zieht bis auf fünf mal ist die gefährten attacken dann natürlich viel stärker weil sie level 5 dann ist zum beispiel finde ich auch cool also nicht nicht wirklich schlimm wenn man einen doppelten helden zieht natürlich aber auf jeden fall wünscht man sich einen passenden dazu das tokidemaru auch vier sterne das ist nun mein bestes elektro pokémon ich hoffe es ist elektro nicht stahl denn mein pikachu ist ja nur drei sterne tokidemaru vier sterne nehme ich sehr gerne mega nice weiter geht's mit nochmal rex blizzard geht auf drei sterne also auf drei ja sozusagen drei sterne geht auf level 3 gefährten attacken okay ich sollte mehr rex blizzard spielen what the fuck weiter geht's mit ariados hatten wir auch schon geht also mit auf zwei sterne und zu level 2 gefährten attacke und das wollte ich haben Ich bin ein riesiger geist pokémon fan und skilabra mega mega ist das schön das habe ich so gespielt das pokémon damals in war das pokémon schwarz und weiß schreibt in die kommentare skilabra ist das zum ersten mal in pokémon schwarz und weiß gekommen oder in Perl und diamant ich weiß es gar nicht mehr ich habe auf jeden fall das hatte ich in meinem team mega nice skilabra freut mich und was haben wir noch mal die schildkröte geht damit auch auf level 2 ist okay ist okay das hat sich gelohnt ihr seht aber ich habe vier helden schon zum zweiten mal gezogen aber wir haben es echt geschafft fünf sterne helden zu ziehen vier sterne und nochmal vier sterne und noch mal vier sterne gerne deine meinung zu diesem opening in die kommentare also für mich hat sich das hundertprozentig gelohnt vor allem skilabra wird von mir sofort trainiert ich liebe es das neue ist zum glück auch elektro perfekt es kann wangen rubla oh mein gott das werde ich auch gleich mal leveln am statt meinem pikachu und auch hier das werde ich sofort leveln anstelle von meinem lucario ist auch ein kampf pokémon jetzt können wir das ganze mal kurz hier angucken das hier ist gestein ne gestein habe ich eigentlich ein besseres glaube ich da hat mir boden gefehlt boden fehlt mir noch okay aber bei pflanzen muss ich sagen da finde ich glaube ich da könnten sich die meinungen etwas unterscheiden ich denke ich gucke mal ganz kurz rein ich zeige was ich meine bei pflanze moment moment ich versuche euch zu erklären was ich meine ich habe ja hier genau ich habe ja mein miss evo serp ich habe rosi auf fünf sterne die hast du auch wenn du die kampagne spielst ich denke die ist besser es geht kabor ich habe so im gefühl ne könnt ihr aber wie gesagt gerne mal in die kommentare schreiben findet ihr diese besser von der kampagne bekommenen oder gekabor aus dem aus dem banner so zu sagen was man rausziehen muss bin ich gespannt was so eure meinung dazu ist welchen ihr besser findet aber ja das war jetzt erst mal mein opening jetzt gehen wir rüber zu dianas opening so leute ich hoffe ihr seht mich ich habe die kamera jetzt extra ausgestalten und so weiter denn ich habe bei den bei diana hier nur einen bildschirm das heißt ich kann jetzt nicht mehr sehen also habe ich lieber die cam hoffentlich aus sonst sieht man mich und ja sonst sehe ich mich selbst nicht das ist immer blöd da jenna auch ein opening gemacht mit 3000 wie ihr seht und das gucken wir uns jetzt mal an was hat sie denn so angezogen bin gespannt ja die aufnahme läuft ja ja da jenna die aufnahme läuft wir spulen ein bisschen vor ab geht's drück drauf drück drauf was zieht sie was zieht sie bin doch gespannt ob es viel gleiches ist was wir auch gezogen haben wir gucken mal wir gucken mal ich weiß gleich ob ich hier den ton ausmachen muss ja 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 komm näher komm näher das tor öffnet sich das kommt erst mal ein major bob den habe ich auch gezogen in meinem ersten opening wer das noch nicht gesehen hat auch gerne mal angucken und oh gott glückwunsch zu fucking brutal lander mega nice das habe ich ja auch gezogen und ich feier drachen pokémon so hart glückwunsch dass du es auch gezogen hast was haben wir noch was haben wir noch ein pelipa oh mein gott muss man jetzt wissen ob man das mag es ist immerhin ein flug pokémon sehr gut zu haben aber ob man pelipa mag ist halt eine andere sache ne diese weiterentwickelte möwe und ein boejin den haben wir auch gerade gezogen sehr cool ein wasser pokémon kann nie schaden und noch mein volto ball das dem ist auch hier bei der jenna ihr volto ball und major bob die gefährten attacke geht auf stufe 2 weil man es doppelt gezogen hat weiter geht's mit einem noch ein pelipa geht auch auf stufe 2 oh 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 kampf pokémon medity sehr sehr nice weiter geht's mit einem das hätte ich auch gern gehabt das gefällt mir nicht optisch so gut dass arktias aktias genau finde ich auch ganz cool es ist halt ja es ist ein abgebrochener gletscher sozusagen ganz eigenartiges pokémon aber cool hätte ich auch gerne ich mag eispokémon auch relativ gerne natürlich geist pokémon ist das beste und die schildkröte ist sehr schön ein wasser opening der hat ein wasser opening gemacht sehr schön und oh mein gott sind auch togi dem haru sehr gut vier sterne somit hat auch sie das wangen rubbler pokémon wird sie sicher freuen denn sie liebt ja die denne und das kann ja auch wangen rubbler glückwunsch diana zu deinem wangen rubbler wie ihr seht auch brutto landra mega nice zwei sehr starke vier sterne finde ich richtig cool und auch wie gesagt doppelte ist auch gut damit die dem das gefährten heißen noch mal die gefährten attacke sich erhöht ist auf jeden fall nicht verkehrt so das war es mit den openings von heute wie gesagt ich werde erst mal erst wieder ein opening machen sobald ein neuer banner kommt also wie gesagt am 3.9 ist der hier vorbei dann kommt ein neuer ich bin gespannt was kommt es wurde gemunkelt dass zum beispiel der trainer blau kommen wird bin ich sehr gespannt und dann lassen wir uns überraschen da mache ich auf jeden fall sofort ein opening sobald der neue banner da ist auch bei updates werde ich versuchen euch am laufenden zu halten wie in dragon ball legends also ein abo auf dem kanal hier lohnt sich auf jeden fall jetzt auf der app am abspannen am ende des videos sozusagen gleich kommt ja mein logo mit musik bla bla und da ist auch die playlist verlinkt von pokémon masters mit allen meinen videos zuvor da könnt ihr viel lernen euch tipps abholen und so weiter am der wöchner viel viel spaß in pokémon masters haut hart rein und ich hoffe ihr zieht auch richtig geilen scheiß und ciao